Musik Dieses Video wird präsentiert von Gangsplanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Okay. Sehr schön. So, komm, 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 kette, 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 ich will mich beeilen, das soll hier nicht zu lange dauern. Ich habe schon viel zu viel Zeit mit Lesen verschwendet. Ja. Aber ich habe ja eh vor, nein, 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 mit GTA in ein anderes Format mal zu rutschen. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Viel slimmer ist jetzt, dass ich hier unten bin, wo ich gar nicht sein kann. Oder? Doch, hier will ich sein, oder? Ich weiß es nicht. Ja, doch, ich glaube, hier will ich sein. Solange man hier irgendwie hochkommt. Oh, guck mal, da ist ein Bus. Ah, ein Bus. Ich bin ein Bus. Also, jetzt gleich heißt es, Fly-US-Flugzeuge zerstören. Sehr schön. Und, hopp. Boah. Das war jetzt schon hoch. War nicht auf dem Wanted-Level. Treffe ich die Wand? Nein. Fehlgeschlagen. Fick dich. Adios, Airlines. Okay, das geht noch nicht mal kaputt. Ja, ist ja gut. Okay. Also, die hier reagieren ja nicht, die Flugzeuge. Das sind ja wirklich nur feste Objekte. Ich suche Fly-US, wenn denn mal eins landet. Okay, also. Steht da hinten eins? Nein. Oder es wird noch spawnen. Oder es landet jetzt gleich. Okay, das ist natürlich nicht gut. Ich bräuchte ein relativ großes Flugzeug. Toll. Genau jetzt landet natürlich keins. Naja. Warte. Okay, dann fliegen wir jetzt einmal quer über den Flughafen. Leider gibt es hier... Also, es gibt die kleinen Flugzeuge nicht als Objekt, die man benutzen kann und die man hochjagen kann. Muss ich jetzt warten, bis da eins spawnt? Und dafür fahre ich jetzt einfach zweimal um die Ecke. Bis da hinten halt eben eins landet. So. Jetzt sollte doch da wohl irgendwie was zu machen sein, oder? Warum verpisst euch? Tschüss. Weißt du, dann willst du es doch mal ausprobieren. Und dann hast du keine Flugzeuge da. Alter. Es wird nicht funktionieren. La Cucaracha. La Cucaracha. Okay, dann fahre ich wieder raus. Bringt ja nichts. Das heißt, ich muss wohl später nochmal wiederkommen. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Toll. Mann. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Wanted-Level loswerden. Und dann nochmal gucken. Fuck. Ach, wer packt noch da? Ja, ja. Man muss nur die richtigen Wege kennen. Oh, guck mal. Ich bin mal in Wanted-Level los. Cool. Dann heißt es wohl jetzt wieder rein. Ah, Mist. Es ist eine harte. Es ist eine harte Hecke. Ah, da ist es doch. Da ist doch das, was ich gesucht habe. Stimmt, da war doch irgendwo ein Loch. Zum hindurchschlüpfen. Dave, halt die Fresse. So. Immer noch nix. Alter. Okay. Nee. 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 Jetzt. Nein. Es kommt ja nix. Ich steig ein. Kein Bock mehr. Ist klar, dass keine RUS-Dinger landen. Natürlich landen die nicht. Ich könnte ja Geld verdienen. Und tschüss. Ja, dann fliegen wir mal eine Runde über Los Centos und dann gucken wir nochmal rein. Habe ich jetzt wirklich? Ich habe nur noch 206 Dollar, Alter. Naja. Mit dem Geld passiert ja erst mal nix. Ne? Erst mal. Erst mal. So, Wanted-Level sind mal los. Jetzt müssen wir nur etwas finden. Und zwar... Ein... Air US. Fly US Flugzeug. Weiß, wer in die Luft jagen können. Das kann doch nicht so schwer sein. Um 16 Uhr. Alter. Was ist das eigentlich? Triathlon. Da sind sie doch. Ah, da mache ich jetzt gleich einen von. Wenn das hier nicht funktioniert, muss man erst mal warten und dann gucken wir... Was steht denn da für ein Flugzeug? Von Air Emirates. Adios Airlines steht da. Sehr gut. Ah. Und ich würde sagen, wir fangen an. Warte. Ah, jetzt habe ich wieder hier ruckeln. Ich habe wieder hier ruckeln. Ich habe wieder hier ruckeln. Das ist ein ganz komischer, komischer Fehler, den ich hier habe. Das ist immer so, dann fängt das an zu ruckeln. Dann musst du hier wieder rein tabben. Bis es dann irgendwann flüssig ist. Das ist jetzt ruckelt das wieder. Das ist manchmal eine ganz große Scheiße. Das ist das. Moment, ich habe es gleich. Das kann sich ziehen. Und zwar sehr lange. Jetzt haben wir es. So. Also, warte. Ha. Perfekt. Perfekt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Wir sind auf dem Weg zur 100 und ich bin im Livestream. Ja, ich möchte wieder mehr Livestreams machen. Die Videos sind, also das Informationsvideo habe ich gerade eben noch rausgehauen. Das heißt, gleich sollten auch Leute in den Stream kommen. Kepo zum Beispiel ist schon da. Ich glaube, Yasin ist auch da. Ja, da ist er. Ja, wie gesagt. Guckt mal mehr auf meinem Livestream-Kanal vorbei. Die Links sind unten in der Beschreibung. Und ich bin auch da. Ja. In der letzten Aufnahme habe ich euch versprochen, wir machen mit einem Triathlon weiter. Und hier ist er. Ich würde sagen, wir probieren das. Das kann nur schief gehen. Ich nehme mir jetzt noch mein Gamepad, damit ich auch vernünftig spielen kann. So. Ja, Sex ist ein super Workout. Ah, da vorne ist, glaube ich, der Typ ist, wo ich hin muss. Kann ich mir einfach nochmal so vorstellen, dass ich da hin muss. So. Also, schwimmen, äh, laufen, Radfahren. So. Gut. Also, das kann nur schief gehen, was jetzt passiert. Mikey, du, die siehst scheiße aus. Entschuldigung, aber ist so. Äh, ich will das eigentlich gar nicht. Okay. Warum hat Mikey als einziger eine lange Hose an? Okay. Okay. Also, das kann sich jetzt hier ziehen. Mein Finger tut jetzt schon weh. Ach du Scheiße. Okay. So. Also, sagt mal, ob alles läuft, ob ihr mich verstehen könnt und sehen könnt. Das wäre beides eine Voraussetzung für das Ganze hier. Und, äh, ja, ich kümmere mich währenddessen ums A angetippe. Ich bin momentan Erster. Ha. Nicht mehr lang. So. Ah, da hinten ist jetzt Schwimmen schon vorbei. Und ich glaube, danach kommt Radfahren. Ist es überhaupt fest, was nacheinander kommt? Also, nach dem Motto, man kann auch erst Radfahren, dann Schwimmen und dann Laufen. Ich weiß es nicht. Das müsste mir einer sagen. Okay. So, komm schon. Okay, dann mal auch. Und da hinten ist die Ziellinie. Viel Ausdauer habe ich bis jetzt noch nicht verbraucht. Ich wäre jetzt schon am Arsch. Aber sowas von am Arsch. Äh. Okay, das ist cool. Poetry in Motion. Okay. Hallo, Yasin. Da ist er. So, steig auf ein Fahrrad. Äh, ja. So. Okay. Fahrrad, 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 Fahrrad. Wir nehmen das Hinterste natürlich. Komm, komm. Alter. Mhm. Tret in die Lauscher. So. Also, jetzt erstmal ein bisschen Ausdauersparen. Okay, doch nicht. Wenn der da von da hinten angepimmelt kommt, dann ist nichts mit Ausdauersparen. So. So. Okay. Sehr schön. Tret in, tret in, dda 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 dda. Ah, ich kann es nicht aussprechen. Vielen Dank für dein Follow. Das heißt, Twitcher, das funktioniert auch wieder. Sehr schön. Okay. Ich glaube, die Typen sind direkt hinter mir. Ich bin mir aber nicht so ganz so sicher. Oh, da ist schon die Dingens vorbei. Lauf, 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 lauf. Okay. Schneller, schneller, schneller. Kann ich die nicht einfach ins Bein schießen oder so? Guck mal, die Ausdauer ist immer noch voll. Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Ich weiß es nicht. So. Oh, mein Finger, Alter. Ich muss mal gerade den Finger tauschen. So. Hier. Aua. Das tut weh, ja. Okay. Ja, das hast du bereits gesagt, Mikey. Oh, da musst du dich echt konzentrieren. Wie weit sind denn die anderen weg? Ich habe es gar nicht schon geschafft, Alter. Voll der Mini-Triathlon. Well, ja, freut euch, yeah. So. Oh, da ist es. Hey, ich bin der Training-Sack. So. Erster Platz. Pass auf, jetzt kommen wieder hier so Typen, die jetzt in drei Nanosekunden geschafft haben. Guck dir das mal an. 0,00000. Egal. So. Drei Minuten, vier. Das geht ja noch. Das geht ja echt noch hier. Das ist ja mal richtig okay. So, das war der erste von acht. Ich brauche dich noch. So, warte. Ja, erst mal was trinken. Und ich drücke bei dem magischen F5-Knopf. Sehr schön. So. Ein neues Triathlon-Rennen wurde freigeschaltet. Na gut, hätten wir das auch mal endlich geschafft. Okay, sehr schön. Also, was machen wir? Also, Leute, ihr da draußen. Ihr könnt den Stream-Tatsache beeinflussen. Ihr müsst mir nur sagen, was wir ungefähr machen können. Was ist denn das hier? Yoga. Kann man Yoga auch noch woanders machen? Ich glaube schon. Oder? Ich weiß es nicht. Wo ist denn Maikis Haus? Da ist Yoga. Jetzt ist ja das noch einer. Da kannst du auch Yoga machen. Oder du kannst Tänne spielen. Wir können alles Mögliche machen. Was haben wir denn in der Nähe? Wir haben den Flughafen in der Nähe. Den kann man auch irgendwie kaufen oder so. Ah, das ist nur ein Hangar. Okay. Sehr, sehr schön. Lasstet mich gucken. Tattoo? Nee, ist ja, war das Blödchen. Wir sind da. Achso, wir sind von da nach da geschwommen und dann da einmal um die Kurve gefahren. Okay. Das ist natürlich chillig. Lasstet mich nachdenken. Hier ist eine Mary Ann von Franklin. Okay, ich würde mal sagen, wir schalten mal rüber auf Franklin. Mal gucken uns mal an, ob das Spiel vernünftig nachladen kann. Weil ich hatte da zuletzt sehr große Probleme mit. Aber das sieht sehr gut aus. Ich würde dir ja sagen, was du machen könntest, aber mir fällt nichts ein. Bügeln wäre schon mal ein ganz guter Anfang. Okay. Habt ihr gesehen? Da hat es nachgeladen. Ganz kurz hat man es gesehen. So. AJ, FFW, ZZ, SZT. Hallo zurück. Äh. Okay, wir gehen erstmal raus. Tür auf. Taxi rein. Weiterfahren. Okay, cool. So. Vielen Dank.